Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu TheKaWaWi. Hallo. Ich finde die Reflektionen übrigens in ihren Augen total geil. Mit dem roten? Ja. Ja. Okay, weiter geht's. Du hast deine Chance gehabt. Du hast deine Chance, diese witzenden Familie wegzuhalten, und du hast es falsch gemacht. Ah. Es ist egal. Es ist immer noch Zeit. Wir können immer wieder rauskommen. Das Vergangenheit ist das Vergangenheit. Lass uns nur auf die Zukunft schauen, ob wir? Ja, Death ist halt schon sehr interessant. Death nimmt viele Formen. Es könnte Veränderung, Transition, Transformation, oft interpretiert als ein Beacon für die Hoffnung. Ja. In deinem Fall bedeutet das... Es bedeutet... Es bedeutet nur... Death. Das ist lustig. Die Gesichtsausdrücke sind auch echt gut. Ja. Der Sonne. Die Vitalität eines neuen Tages. Es ist noch Zeit, um auf die Wärmung eines Nachts zu erwarten. Die Sonne ist halt auch echt interessant. Mh. Aber das Dunkle ist halt mehr hilfreich, ne? Judgment. Denke ich. Die Bellen von Judgment kreieren blöde Mörder. Oder machen sie das? Die Führung eines Haltes erzielt. Ein Tod erzielt. Wahrscheinlich. Aber er kann seine Verwendungen haben. Doch er wird es nicht vergessen. Er wird es nicht vergessen. Der Hierophant. Wo hast du das gefunden? Hm. Jetzt bin ich. Wo hast du es gefunden? Das sollte nicht hier sein. Er hat genug Angst. Nein, nein, nein. Ja, den auf jeden Fall, ne? Ja. Meine poor chum. Did you see what they did to us? Oh, da war es kind of. Oh. How sexy are you? No. Oh, die Armour. Oh, what have they done? oh 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 Silas, mein Junge! Oh, Mann. Also, es ist ihr Sohn, der mit dem alles angefangen hat. Aber warum wird er interessiert? Oh, no! Alter! Oh, verbrannte Sheriff-Stellen! Aber sie hat den Fluch. Ja, ne? Um ihren Sohn, irgendwie. Mami ist kommen, Silas! Mami ist kommen, Silas! 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 Oh, nee, der... Silas, der Dockboy. In dem Käfig da. Der war schon, irgendwie. Oh, sieht das geil aus mit dem Funken. Ich verstehe das gerade so, dass er gestorben ist und sie ihn zurückholen, oder nicht? Oder wie? Oder was? Oder sich? Oder... Ich verstehe es auch gerade nicht ganz. Sie meinte doch, oh, mein Sohn... Nein, 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 nein. Sie würde bestimmt zurückholen durch den Fluch, oder sonst... Das ist ihr Sohn. Der ist der Ursprung. Ja. Ja. Als sie meine Show vor sechs Jahren abfuckten. Hm. Oh, ich weiß nicht, ey. Aber dafür müssen unschuldige sterben, die ganze Zeit, oder nicht? Hm. Boah, das ist schwierig, Alter. Falls wir da überhaupt die Wahl haben. Falls wir da überhaupt die Wahl haben. Wenn man denen halt halt irgendwie helfen könnte, da aber... Keine Ahnung. Naja, das Ding ist halt... Die anderen leiden ja auch jetzt... Da leiden ja so viel mehr darunter, anstatt jetzt nur sie. Ja. Und der Sohn... Sind ja wegen ihm schon so viele gestorben. Oh, ich weiß nicht, ey. Die Frage ist, wie man... Ob man halt irgendwie allen helfen könnte, aber ich glaube nicht. Nee, entweder ihr und dem Sohn, ne? Und dann geht das Ganze... Dann geht der ganze Scheiß halt einfach weiter. Und sie ist halt cool, glücklich, yay. Oder... Wir machen dem ganzen Scheiß ein Ende, was ich... Wofür ich halt eher wäre. Ja, wäre ich auch für... Halt. Und dann Bosskampf gegen sie. Ja, alles andere ist doch scheiße, oder? Ja. Wenn so weiter geht. Ist doch auch keine Lösung. Ist ja auch kein Leben für ihn hier, weißt du? Er hat ja nur eine Zukunft mit ihr hier. Oh, man. Nein, er ist jetzt in die Luft vom Tür. Wow. W- 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 How the hell am I gonna get down? Asked an answer. Super. Where the hell am I? Oh yeah. Where the hell are my clothes? Oh, the hat Laura jetzt an. Eh, no, not Laura, Emmy. Emma. Emma. You gotta be kidding me. Okay. Gotta find Laura. Okay. 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 Ja. Das ist super cool. Das ist super cool. Den Humor feiere ich. Oh, wie schnell er die Treppen runter geht, ist ja geil. Weiß nichts, ne? Enttäuschend. Schöner Knackarsch. Ich seh nichts. Das ist zu schwarz. Was? Was ist da drauf achtest du? Oh, ich hörte. Ja. 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 Aber wenn die Sommercamp zwei Jahre lang, äh, zwei Monate lang geht, wie machen die das dann innerhalb dieser Zeit, da ist doch auch einmal voll muntern. Ja. Das da gibt grad noch nicht so viel Sinn, find ich. Ja. 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 Der ist eigentlich nur ein einziges Vieh da oben. Okay. Okay, das besser eine große Endung haben. Ja, der Weiße wäre Wolf oder was? Oder was meinst du? Den müssen wir dann jetzt wohl noch töten. Ist er jetzt auch tot? Ne? Ne, ich glaube, er ist nur gebissen. Ich glaube, die töten einen nicht. Ich glaube, die infizieren nur einen und dann gehen sie wieder weg. Nett. Wer war denn jetzt der Wehrwolf, der ihn gebissen hat? War das der Weiße? Ich glaube... Naja, der sah nicht Weiße aus. Aber wir haben doch drei schon getötet. Wir haben Kayleigh getötet. Also Laura Kayleigh getötet. Wir haben Chris getötet. Und dann hat Laura noch unten auf den einen Käfig geschossen. Irgendwie lebt aber noch eine. Also eine mehr. War das vielleicht noch Nick und der wurde von dem Weißen Mehrwolf gebissen? Ja, oder ist zwar... Äh... Ja, oder ist zwar... Äh... Äh... Ich weiß nicht. Äh... 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 Das ist Abys Typ da. Ja, hab ich doch gesagt. Heißt der Ding? Heißt der Nick? Ja, der ist das. Von der Pro. Ja, und der wurde wahrscheinlich von dem weißen Wolf dann gebissen. Deswegen ist er noch nicht... Hä? Achso. So verwirrend. Manchmal. Ey, ich seh halt nicht, kann man da durch? Ne, scheinbar nicht. Aber man kann doch da hinten rum nochmal. Gib mir Karten. Ja, oder irgendwas. Okay. Naja, ob's das jetzt gebracht hat. Aber ich glaub, es war gut, das einfach nochmal zuzumachen, oder? Ja. Ich mein, kann ja nicht schaden, nicht? Wie sie sagt, sicher ist sicher. Oh, ich mag das nicht. Es knackt auch alles so, wenn man hier so überläuft, ey. Da ist Blut. Oh, ne. Die haben Kamin oder was? Ne. Oh, da kommt Luft raus, hast du gehört? Mhm. Die Junge, Junge. Klingt das auch bei mir, wenn's windig ist. Ja? Ja. Weil der Wind durch meine Dachstände dann da durchgeht und dann pfeifen die auch so ein bisschen. Weil der Wind durch meine Arschbacken pfeift. Oh, das ist bei dir nichts Neues. Wenn Lara ihr Arschbacken aus dem Fenster hält. Oh, das mach ich jeden Morgen. So geh ich hier aufs Klo. Ach so. Naja, ein bisschen Wasser sparen, ne? Wenn halt jemand da drunter herläuft, ist nicht mein Problem. Ist das denn auch Glück, wenn du so, so weißt du, wie bei Tauben, wenn du angeschissen wirst? Oh, ich glaub manche freuen sich schon bestimmt, ja. Ist der Haufen auch so groß wie so ein Taubenschiss eigentlich da? Ne. War ich hier hinten? Ja, ist nix. Nie, aber genau so flüssig. Alter. Die Farbe auch so weiß-schwarz gemixt, ey. Ne, zum Glück nicht. Wenn, ja, sollte ich vielleicht zum Arzt. Alter. Lieben, du hast einen Namen in eine große Ecke. Also, was? Du bist, wie... Mr. H.'sbrother, ich glaube? Wer? Der große Arzt von früher. Wenn du und Ryan waren in die Radio Hut. Mr. H.'sbrother, ich glaube? Genau, genau. Geh, die M.C. sind wirklich zufrieden, wenn sie einen Dollar pflegen. Ja, nach ganz oben müssen wir mal, nehm ich an. Achso, gab's hier... doch hier hinten noch, ne? Ja. Wie lange hat dieser Mann hier gewesen? Ein lange Zeit vor. Lange genug vor, dass es okay war, ein Ölpainting von dir zu machen. Ich möchte ein Ölpainting von mir jetzt. Geh, weiter. Bist du noch nicht fertig? Vielleicht sollte ich weiter schauen. Vielleicht sollte ich weiter schauen. Harem, skarem. Hm. Nein, absolut nicht. Wir haben genug auf unsere Pläte. Stopp mit der Verkaufung. Das ist ein bisschen scheinbar. Wir haben ein Camp Mascot? Nein, wir haben. Aber du hörst nicht? Hörst du was? Er stirbt bevor wir nach Campen. Oh, bummer. Warte mal, was? Schaf oder so. Das heißt Iren oder was? Anscheinend. Du weißt ja, dass wir im Keller das Halsband gefunden haben. Oder was auch immer das war. Keine Ahnung. Irgend so ein Band. Vielleicht ist das auch irgendwie der erste? Was ist das? Kann sehen, ne? Ah, sehr süß. Du kannst es niemals ausziehen. Sorry. Ja, nicht, dass dann alle glücklich sind, weißt du? Wenn das, also ich könnte, wenn es halt wirklich ihr noch gäbe als Möglichkeit, dass wir den umbringen und dann ist die Frau cool mit ihrem Sohn. Und wir sind cool. Irgendwann Camp Mascotchen. Ja, ne? Ja, aber gut. Weiß ich gerade nicht. Ich habe keinen Plan. Aber warum haben wir denn so ein Band da unten gefunden im Keller da? Ja, vielleicht war das halt das Camp Mascotchen ein Schaf oder sowas. Weil da war so ein Schaf mit einem Engelschein und Flügeln aufgemalt. Ach, meinst du, das war das? Aber könnte das, könnte das, äh, ein lebendiges Mascotchen gewesen sein? Weil da war ja ein Brustkorb. Und zwar ist das Mascotchen, was da gestorben ist. Ach, kein Plan, Alter. Ich denke, beides. Ein Mensch ist da gestorben und das Mascotchen. Ja, kein Plan. Ich bin auch gerade irgendwie zu verwirrt von allem ein bisschen. Was ist das? Trailercam-Faktor. Es ist, wie wenn sie etwas suchen. Ja, äh, in Chris' Verwaltungsruppe. Er schützt alle Faktor. Ich denke, du bist richtig. Wir suchen nach dem ersten, ne, Werwolf? Mhm. Halt. Collect all Evidence. Achievement. Selten. Unter 10% der Spiele. Nice. Wir sind gut, Bibi. Oh, ich mach nix. Alle Beweise gefunden, Alter. In dem Game. Alles gesehen, was es gibt. Bis auf Karten. Da haben wir leider ein paar verpasst. Bestimmt vier oder so. Okay, ich glaub im ersten Kapitel ein Prolog oder sowas. Ja, ja, ja. Ich weiß, dass im Wald irgendwo am Anfang einer hängt. 100%. Ja, gut. Dann. Äh, finish, ne? Gut, dass ich hier nochmal gesagt hab, äh, nicht weiter umgucken. Äh, weiter umgucken, meinte ich. So, dann kommt Finada, I guess, ha? Schatz, ne? Schatz, ne? Every dusk in Donnel through the summer. If it doesn't kill you, it'll make you stronger. Stronger. We're here to lead the way. Love meets for life. We're proud to say. Shout out, shout out loud. We're hackateers. Tears. Two months and you never learn the words? Two months and you never learn the words? Showtime, motherfuckers. Oh, shit. Das gefällt mir nicht so. Wäre halt cool, wenn die alle mal zusammenkommen. Und dann Showdown. I just wish I could tell you I'm sorry. More than anything. Fuck. I just wanted one more night together. Is that too much to ask for? Shit. Stop crying, you big baby. Fuck. I don't know what to do. Ja, wenn man ganz fies ist, kann man sagen, ist alles nur wegen eben eigentlich, ne? Ja. Stimmt schon. Und wegen ihr. Sie ist es definitiv nicht wert. Die ganze Scheiß hier. Epic Fehl. Schöne Ölgemälde. Äh, rennen, oder? Ja, wir müssen jetzt nicht unnötig, vielleicht... Okay, let's go, let's go. Ja, gut, ein Stuhl. Als ob dieser Stuhl ist. Ja, nee, das macht... Äh, hey. Never mind, I guess. What the fuck was that? It's Caitlin. Holy shit. Well, we gotta let her in. Well, we can't. The office store is locked from the outside. There must be something we can do. Yeah, but what? Silver shells. If we can time it right, we can give them to her. She passes. If she passes. Was war der Fenster da, ne? Oder wie, oder was? Ich denke mal... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was für ein Balken gerade meint das. Ne, sie meint doch gerade, wenn, äh... Bla, bla, bla. Ja, keine Ahnung. Oh shit. Oh fuck. Oh, die springen halt und alles, ne? Ja, guck mal, die sind auch dreimal so groß gefühlt, Alter. Ah, aber alles gut. Oh, das ist so schnell, das Vieh, Mann. Oh, das sieht so eklig aus. Ich finde die nach wie vor absolut widerwärtig, Mann. Optisch. Rennen, oder? Oder wieder... Oder... Ja, 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 ja. Verstecken bringt, glaub ich, nichts. Ich weiß nicht, ey. Aber es tut dicht auf den Fersen, ja. Aber eigentlich sind die auch viel schneller. Deswegen würde ich es bei Rennen immer so ein Fragezeichen, wo ich mir denke... Oh, ihr habt es einmal ums Kreis geschafft. Sehr gut. Wow. Hä? Wie, come on? Wohin? Was? Hä? Oh, nee. Jetzt geht der alleine irgendwo hin. Ja, untersuchen oder rennen? Untersuchen, oder? Oder rennen? Ich hätte jetzt auch untersuchen gesagt. Oder rennen. Oh, wir können auch einfach wegrennen. Vielleicht kommen die klar. Oh, ich weiß nicht. Rennen. Untersuchen. Ich untersuche. Keine Ahnung. Aber das kostet auch Zeit jetzt. Ihr könnt jetzt nicht diskutieren an der Tür. Ach so. Silberkugel. Oh. Okay. Ich glaube, das war gut, Baby. Das war richtig gut. Aber er ist jetzt alleine. Ja. Fuck. Hast du schon nachgeladen mit deiner Silberkugel? Das war wohl Nick. Ja. War das denn gut, jetzt ihn zu töten? Mit Silberkugel? Das war, glaube ich, auch scheiße, ne? Werden vielleicht rennen sollen. Du, ich habe dich, Motherfucker. Geh nicht zu nah dran. Ja, er wandelt sich zurück, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Du hast es? Ja. Ja, ich habe es. Ah, ich weiß nicht, ey. Ist das alles so gut? Ja, besser als noch das Leben der anderen rumzuschieben oder sowas, ne? Wobei, wenn die infiziert werden, ist das eigentlich gar nicht so schlimm, ne? Können wir noch den weißen Rolf da kriegen? Wir müssen auf jeden Fall hier Schluss machen, weil wir haben 33 Minuten. Leute, im nächsten Part geht es weiter mit The Quarry. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Musik